Es geht weiter mit dem Rekordsieger unseres größten Turniers unter bewährter Leitung aus Eberkurs Landkreis, das Tier von Siebauer und Erleichterstattel feiern. Aber er hat keine Zeit jetzt. Wir sind in der Ausfahrt dabei, der Beäumungsstand fertig, unsere Gäste aus der Türkei, der Traditionsklub präsentiert von IK Kassel West, Kenna Bacce, Istanbul. Komplettiert wird die Gruppe von der Gastgeber-Team präsentiert von der Stadtwerke Dillinge, J.K. Dillinge. Vielen Dank.